Hm. Gehen wir durch den Tunnel? Ne. Okay. Ich würde am Wasser. Oder übers Wasser. Watch your head. Guck mal, ich gehe jetzt hier hoch und schieße direkt. Schaden gemacht. Oh, das ist ja doof. Aber der kann schon zwei tun. Null. Ah. Pia. Okay. Gehen wir Richtung D3. Jo. D3, C3. Bisschen Deckung suchen nochmal. D3, C3. D3, C4. D3, C4. D3, C4. D3, C4. D3, C4. D3, C4. noch da um anhalten ich habe normalerweise in arti gesetzt das war bestimmt ein Versehen Artillery Strike online aber es hat im Fall hier acht das war noch doppelt ärgerlich ja weil ich ihn sonst killen hätte können Alpha ein reines Raketenkatapult ach du bist aus dem ECM Mama kommt, das wieder braucht Zeit Kai, geh hin, geh ja, hier ist ein Schiffenweg okay, bist du ja drin mach dir Platz dafür schieße ich jetzt zurück ja, mach das du sorgst den ich glaube, die wollen das wie geht's dir? 76, okay auch vor uns ist direkt was ja, das ist der Grund, warum ich mit auf dem Wasser rumeiere ohne ist also ohne ECM unspielbar ist fies okay, Dora ist links von uns okay, Gustav also die kommen jetzt übers Wasser nein die Dora und dann war da noch was über Feuerwehrkopf über Feuerwehrkopf oder so ist ein Madcat ja, Bertha kommen die? ja die soll herkommen, ich will auch was haben ja, ja sei es mir gesagt noch nichts, trauen sich nicht super ja, die kommen jetzt Philipp, ich krieg hier mit einer Madcat zu tun, ähm, muss ich mich ein bisschen für bewegen aus dem Schiff ja der ist jetzt sofort bei oben die ist gerade die soll kommen, die soll kommen ja, sie kommt, sie kommt das zweite Morus das ist meine, das ist meine lassen, ja zweite Morus zweite Morus hat ein Atlas haut wieder ab hat gemerkt, das ist nicht gesund hier da ist ein Bär da ist noch Dora okay, Schiffs-Hack, hab ich zwei Saisnische Kontakte ja, ab dem Morus nicht ablenken jetzt, Kinder K-Kai zurück weit nach rechts zum Schiff mehr ran zu spät nein die ganzen Raketen waren's hallo kannst du da an Schiff fahren da seid ihr gerade im ungünstigsten Augenblick gekommen ich mach Rache in dem Augenblick wo die zuviert gepusht sind hab ich hier alle einen Trappel fünf Meter lang eigentlich nichts los und dann in dem Augenblick wo die einen Ecke kommen ich seh nichts mehr 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 auf mein Amelweg ach shit das wollte ich heute Mittag bestellen damit das bis Freitag da ist ja Wir haben sie aufgehalten, die waren viel mehr Viel viel mehr, es waren drei oder vier Mechs mehr Nach Mordos haben sie dich auch erwischt? Ja sicher Ja, war sehr viel, was dann ums Heck kam Anflucht war bei mir nicht mehr zu denken, ich konnte nur noch gucken, dass ich möglichst viel Ausgabe Ja Du Arsch, geh weg! Die ganze Nein Das haben wir nur da oben Ja Scheiße Wenn du jetzt den Rücken kriegst, ne? Dann machst du an, drehst dich um, schießt den ab und drehst dich wieder um und machst aus Wenn ich den Rücken kriege, bin ich tot, guckt ihr mal bei den anderen, ob die was besonders machen Auf dem Jäger Mech A auf dem Land Okay, was? Der sieht noch richtig gut aus, ne? Ne, ne, da steht noch ein Stalker, ein Jäger Mech und hab ich noch gesehen, ein Kid Fox auf dem Land, also weit rechts von dir Die gehen grad auf dem Sammler Oh, die gehen an mir vorbei Oh, die Daichi ist 10 Meter neben mir Ich mach mich gleich an und schieße in den Rücken Die Daichi kann ich nicht sehen, wenn ich alle anklicke Du musst jetzt erstmal F4 drücken, bevor du dich ausmachst, dann kannst du ein bisschen was von deiner Umgebung sehen Ja, dann sehen die meine Drohne Ach so Auch bei, äh, Power Off? Ja Oh, wusste ich nicht, oh Gott Muss, also, denk ich Wusste ich nicht, wusste ich nicht Geht weg Weiß ich nicht, ob ich mich anschalten soll Weiß ich im Moment auch nicht, auf dem Land Siehst du, vielleicht bei uns anders Unsere sind noch auf dem Land, rechts von dir 2 Stück Hi, hi, Lennon Und die fighten da gerade Also, du könntest mal probieren Ich denke auch Eigentlich müsste es gehen Ja Weil die fighten da gerade Und Daher Wolfen auf dem Wasser Charlie Super Yay Yay Nein, jetzt zähle ich mich selber durch Ne Speckab, Vorsicht Seismic, links von dir Seismic, links von dir Okay, dann... Gib dem mal mehr Reichweite, weil wenn er Wenn er sich umdreht, muss er... Heat Level critical Heat Level critical Ah, okay, sitte Fall um, endlich Oh, scheiße, jetzt zähle ich mich selber Achtung Oha, krass Scheiße, wenn wir das nicht schaffen Nein, das letzte ist ein Stormcrow Mit einem Bein Ja, krass Noch ein AK-20 schluss Du fliehst beim Atlas woanders drauf Ja Der Atlas hat aber keine Muni mehr, so wie es aussieht Reicht aber Nein, schade Ey, das ist so peinlich, dass ich... Nein Krass Guck dir das an, was krass ist Guck dir das gleich mal an Guck es dir gleich mal an He, lol Das ist krass Das ist krass Oh nein, ey Das ist echt krass, ey Only Only the beef can kill the beef Das ist echt ein Biest, das Ding, ey Aber das... Geil Aber bei der Damage müssen die alle weg sein Ich weiß ja... Ich glaub das ist ein Bug, ne? Ne, das... Das Problem ist, ich hätte noch einmal mein... Hätte ich die Armids nicht geschossen, wären die alle gestorben Guck mal, den Atlas brauch ich einen Schuss für, dann ist der tot und den Samunerteil brauch ich auch nur einen Schuss Okay, die brauchen auch nur einen Schuss, aber... Ja Die hätten ja keine Direktfeuerwaffen Außer der Samuner Und der ist schneller tot Hammer